Hä? Autohersteller, schaut euch das an! Ich weiß, hier waren wir doch schon. Aber vielleicht, wer weiß, vielleicht ist ja schon wieder neue Zeug da. Da ist schon wieder Otto. Otto muss weg. Tut mir leid für Otto. Aber damit ist ja ein anderer Otto gemeint. Legolas. Legolas, ganz langsam. Legolas, äh... Wo wir schießen sich nochmal überlegen. Naja. Oh, jetzt. Weg darf hier sein, ist eine Toilette. Und außerdem ist besetzt. Wie sieht billig hier drin? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 days to die mit Mini-Karbin. Äh, ja. Der hier einen leichten Abgang gemacht hat. Jetzt muss ich erstmal kicken, dass wir hier mit Uschi wieder rauskommen. Äh, naja. Alle Wehe führen nach oben. Muss nahe lang. Boah. Naja. Auch so'n, äh... So'ne Schlucht hat auch irgendwann mal so'n Ende, ne? Sollte jedenfalls mal so sein. Die Frage ist, ob die Schlucht denn auch... Das Ende so'n Stücke nach oben geht. Das, äh... Würde ich gerns befürworten. Weil sonst bin ich ein bisschen am kotzen, weil... Sag mal... Sag mal... Womit mal. Äh... You know, dat... 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 Warte mal. Das... 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 Was ist da jetzt mit mir los? Und da war er auf dem Weg. Was ist denn hier los? Der hat aber hier ein bisschen falsch geparkt. Vor allen Dingen, was ist mit mir los? Habe ich jetzt gerade einen Anfall? Oh mein Gott. Ich werde sterben. Hm. Entschuldigung. Was ist denn das? Warum? Ist das ein Kunstwerk? Ist das ein Monument? Bruno, Moment mal. Ja, gut. Sag ich doch. Hier waren wir gewesen. Und das ist mir. Oh, weiter geht's. Das heißt, ich bin hier in der Nähe richtig. Ich muss jetzt bloß noch hier irgendwie zeitlich hochkommen. Ich glaube, das war hier aber das war nicht so töftöftmäßig ereignet, ne? Ich werde das aber trotzdem versuchen. Weil, äh, Uschi ist ja genauso wie ich so eine kleine Bergsicke. Wie müsste das? Ui, 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 ui. Eigentlich müsst ihr das abhaben. Ich hab schon wieder einen Anfall. Oh, mein Gott. Uschi, streng dich an. Ich seh grad auch meine Benzinanzahl zum Glück. Stellt euch mal vor, die würde jetzt aussehen. Nicht du, Uschi. Du musst hoch. Du kannst es. Du kannst alles, was du dir im Kopf setzen tust. Es ist alles möglich. Los, komm. Du kleine geile Bergsicke. Du kriegst auch einen Liter Benzin umsonst. Siehste? Ah, siehste. Uschi ist bestechbar. Ich meinte natürlich, die ist total cool. So, jetzt muss ich bloß noch hier. Alter, für was Bergsteier-Ausrüstung einfach Uschi mit einstecken, denn ist gut. Und hier bleib ich hängen. Pass auf. Okay. Hä? Autohersteller, guckt euch das an. Das müsst ihr erst mal steiern hier. Also, Bergsteierung und so, ne? Ich hab's geschafft. Ich bin wieder draußen. Krasse Kacke. Also, warum Kacke immer krass sein muss, ich weiß das nicht. Aber, was anderes ist mir jetzt gerade nicht so, äh, da muss ich gehen. Hey! Mrs. Schwester! Seien Sie vorsichtig, da hättet ihr ganz tief runter. Und ich weiß, von was ich rede. Ich war ja eben noch unten. Aha! Ich weiß, hier waren wir doch schon. Aber, vielleicht, wer weiß, vielleicht ist ja schon wieder neue Zeug da. Und, ja, und, na, komm, ein Stück runter. Noch ein Stück runter. Noch ein Stück. Geht doch. Dankeschön. Danke, dass Sie mit dir bewirkt haben. Äh, wer weiß, vielleicht kriegt ja, Moment mal, ich hab doch eigentlich hier, Mensch, Sneaky Peaky und so, äh, 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 Sneaky Peaky. Siehste? Da ist schon wieder Otto. Otto muss weg. tut mir leid, für Otto. Aber damit ist der andere Otto gemeint. Was denn? Wie denn? Ich hab doch Schalldämpfer. Ich bin doch Ninja. Also so Ninja, wie ich sein kann. Wie ich spiel mich lässt. Er soll, das ist draußen. Oh, Alter. Ich bin doch so weit nicht. Da ist Natascha. Aber wir haben ja hier keine Quest. Ich hätte eigentlich hier mit Munition oder so weit gerechnet. Aber ich nehme auch Benzin. Weiter. Die kommt doch gleich um die Ecke. EPs. Achso, da war ja was. Ich muss nochmal kurz zurück. Ich hab da ein kleines Problem. Ihr kennt das bei mir? Inventar und so, wir sind uns nicht einig. Legolas. Legolas, ganz langsam. Legolas, äh, wo wir schießen sich nochmal überlegen. Aber erst, wenn sie tot ist. Und zwar jetzt. Geben Sie mir bitte meine Pfeile. Es war eine Leihgabe. Möchte ich wieder haben. So. Wuschi, ich muss mal kurz bei dir ran. Ich hab da eine Fülle von Dingen, die ich loswerden muss. Und das ZZ für unterwegs. Muss ja keiner wissen. So, Federn. Ich lass mal kurz wieder Federn. Ein bisschen Schmackofatz. jetzt. Das lass ich für zu Hause. Schmackofat zu Hause, du bist, äh, sollten wir denn auch mal wieder gucken, ne? Aber wem erzähl ich, das da. Das lass ich hier, äh, Vitamine? Ich weiß ja nicht, was ich mit die Vitamine alles machen soll. Ich könnte mich damit einreiben. Drogen. So. Ja, gut. Ninja macht sich dir normalerweise müsste ich jetzt blind sein. Der Blinde unter den Blinden. Ja. Hey. Solange sie pennen, ist das für uns gut. Hast du mal ein vernünftiges Buch? Ey, da ist ja ein vernünftiges Buch. Ich wollte gerade sagen. Und da ist das nächste Buch weg von unserer Liste. Ich bin heute der Listenmacher. Ich mach das alt hier mit Liste. So, warte mal. Ich komme, ich wollte gerade sagen, ich komme von hinten, aber das lasse ich mal jetzt. Warum lofig? Äh, grauig. Bin zwar Ninja, aber da ist Mrs. Doc. Mrs. Doc pennt? Mrs. Doc kriegt jetzt ein Pfeil in den Kopf. Mrs. Doc, äh, sieht witzig aus. Mrs. Doc ist dumm. Und hat jetzt ein Pfeil im Popis. Und im Kopf. Mein Gesicht fühlt mich an. Uiuiui, ich glaube, die ist ungehalten. Es hat keiner gesehen. Ich hoffe, du verratest mich nicht, Mädel. Ja, alle wohl. Alle wohl ist der Sanitäter in der Not. Ne? Hier ist keiner drinne. Schnier los. Warte hier. Dich selber. Es ist Nacht. Nachts in der Wüste ist es nicht warm. Das kenne ich durch einen anderen Spiel. Ich habe immer Angst, dass da einer durch den Raum kommt und sagt, hallo, was tun sie da? Okay, das versuchen wir jetzt nochmal und das diesmal mit treffen. Geht doch. Warum nicht gleich so? Weil dann ist bloß eine Mülltonne Kabin. Aber auch Mülltonnen können gefährlich sein. Back drüber habe ich mir einen Zacken aus der Krone gebrochen oder was? Emotion. Okay, 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 okay. Also mein Lootfinger funktioniert wieder, wa? Also der nimmt wirklich alles mit. Der Stoff. Wie ist jetzt der Traum aus den, äh, der Stoff aus den die Träume sind? So rum. So wäre ein Gisch Schuh draus geworden. So Moment mal, da ist da liegt einer. Ich brauchte doch deinen Kopf. Ich hab dich doch nie gesehen. Gut, jetzt muss ich es wohl machen. zu laut. Obwohl ich entscheidend warb. Und hier es gilt. Naja. Oh, Ich darf hier sein, ist ne Toilette und außerdem ist besetzt. Läsig bin ich hier drinnen. Nein, deine Stelle will jetzt da nicht rinnen gehen. Ich hab da die Bombe platzen lassen. Ikki da lang. Ik hab mich dazu entschlossen. Ikki da lang. Und denn da? Nee, da. Und denn da? Und dann will er raus. Oh, ha, uh, gut. Ich bewegen. Das fällt gerne auf, wenn ich jetzt so ein Ding hier rum hantiere und da ist Feuer dran. Ist sehr unauffällig. schuldig. Auflockerung. Hey, ja, spitze. Ein Kaffee. Das ist gut. Männer ist nämlich alle. Also, aus den realen Leben. Den hab ich schon weggeschlurft. Inhaliert quasi gesagt. So, warte mal Stopp. Weg. Glas. Äh. Sollte ich mal anfangen zu sammeln, weil ich muss das ja auch einschmelzen. Hätte da schon wieder Vitamine. Wenn ich die jetzt alle einnehme, dann hab ich ein Problem. Ich geh erstmal runter. Ist bestimmt gut. Ist, äh, was soll passieren? Hallo. Nicke Binz. Eine Brille. Auch genannt Nickelbrille. Oder mit Tropa Gläser. Wie die Großen Gläser. Ihr wisst schon. Äh, was ist denn da? Eine Tote. Hier sind lauter Tote. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich wollte das bloß mal erwähnt haben. Naja, ist das vielleicht bild mir das ein. So, warte mal. Da will ich hin. Da ist das ganze gute Zeug. Wo ich will ein Problem habe, weil keine Tügerich. Na ja, gut. Wer konnte denn die Tügerich vergessen? So, muss da lang. Uiuiuiui. Das ist mal hier. Warte mal kurz. muss mal hier. Weiter, weiter. Geh nicht ins Licht. Okay, geh will ins Dunkel. So. Sneaky Piggy. Sitzt. Das sollte doch mal funktionieren. Bodenschmerzen. Du verdeckst mir jetzt gerade die Sicht. Aber das geht schon. Der Doof ist dahinter. Da ist noch einer. Ich werde mal... Ich habe da ja keine Panzerbrechner mit bei... So war das nicht geplant. Hallo. Fänden Sie mal bitte warten für den besten Schützen der Welt? Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Jetzt müssen wir wieder... Ich finde es denn hier los. Achso. Ich bin zu doof zum Springen. Oder so. Ey, Munition. Mag ich. Aber wenn ich das clean mache, kriegt er Glas. Oder sowas in der Art. Ich habe gedacht, Brille auseinander kloppen ist Glas. Jaja, gut. Könnte das auch clean machen? Das ist nämlich auch Bruchglas. Und dann steckt das. Bitte. Achso. Äh. Wir spielen jetzt ja schon seit 17 Minuten. Ich habe ganz vergessen zu erwähnen. Äh. Ich mache hier gerade einen Test. Und zwar... Äh. Spiele ich gerade in 4K. Also... Ja. Nicht alternativ. Sondern 4K. Da. Und renne dir drunter auf... Äh. WECO HD. Hat den Vorteil... Für euch sieht er wahrscheinlich... Vielleicht ein bisschen besser aus. Und komischerweise lüftet gerade bei mir. Und zwar richtig wie Hula. Muss ich erstmal in den Augen behalten. Weil... Vor allen Dingen... Weil ich spiele jetzt in der Nacht. Und bis jetzt... Muss ich sagen... Jetzt sieht es ziemlich gut aus. Bin jetzt dabei... Ja, okay. Ich habe jetzt bloß ein grünes Bild. Davon abgesehen. Äh. Erzähl du was last bei knappe 4? Wir erinnern uns. Ich hatte schon krasse Sachen gehabt. Also wie gesagt... Bis jetzt sah alle den grünen Bereich. Und ich sag mal so... Wenn ich es für euch besser machen kann... Warum sollt ihr das nicht machen? Nicht wahr? Kann man mal machen. Habe ich schon mal erwähnt... Dass ich immer vergesse zu sagen... Leute... Denkt daran... Wenn es euch gefallen tut... Däumchen und Träumchen und so, ne? Nicht vergessen... Kanal unterstützen... Glocke aktivieren... Habe ich was vergessen? Äh... Schaut auf den Kanal vorbei. Genau. Alles abgefrühstückt. Ja, eigentlich... Äh... Sag ich das immer am Ende. Aber das ist ja total blöd. Aber das brauche ich euch nicht erzählen. Äh... Gut. Jetzt kloppe ich mir noch die Vitaminerin. Ich kloppe mir die Vitaminerin. So, geht doch. Und hab er jetzt alle mit bei. Ich glaube, ich bekomme Besuch. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Aua. Ah, Kopf bestoßen. Das ist sehr schnell. Ich muss aber schnell raus. Jetzt kriegst du wirklich Kopfschmerzen. Erstmal hoch. Wenn sie was wollen, sollen sie kommen, ne? Die wissen ja, wo ich bin. So, will er den Bogen? Es ist nicht gelogen. Ich hab hier einen Bogen. Zombie down. So, ich pass jetzt auf. So, ich bin jetzt... Komme ich mit dem Arsch hier rum? Oh, geht's nach draußen. So, also. Anvisieren. Und dann ganz schnell auf zwei. Mit Kriegen. Siehst du? Passt. Wackelt. Hat Luft. Der lebt ja noch. Der lebt ja immer noch. Na, 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 na. Du alter kleiner Kacker. Ich glaube, der würde gerade zuhauen. Habt ihr halt gesehen? Der wollte gerade... Ja, ich glaube, der wollte gerade zuhauen. Was für ein kleiner Penner. Der tut ihm doch ja nicht weh. Er ist doch so oder so tot. Unverschämt. So. Dann brauche ich aber auch will er Wasser, wa? I'm cooking the water. Ich meinte, ich trinke es. Na gut. Der ist eher. Schiet. Doof. Wie geht das mitnehmen? So, ja. Oh, Alter. Schnauze. Du toter. Wo hast du wohl nicht alle? So, warte mal. Siehst du? Da kommt doch noch mehr hinzu. Tada. Ich bin jetzt auf dem Dach. Ja, ja, nee. Auf jeden Fall hin, wa? Da ist nischt. Da ist auch nischt. Da ist wat. Kick es an. Ne Überraschung. Ich hätte jetzt auch acht oder so drücken können. Aber warum? Es sind Gläser. Wow. Genau das habe ich gebraucht. Gläser. Ist ja nicht so, dass ich ganz viel Gläser hätte. Nee, das ist ein Spiel. Erzählt. Welch, was soll das? Ist die immer noch draußen? Ich glaube, die Person ist immer noch draußen. Also der Zombie. Die Dote. Nicht Dota, sondern die Tote. Ja. Warte mal. Erstmal Ninja Bogen. Und in die Omme. Gib mir den wieder. Oh, da ist ja ein Hammer. Krass. Na gut. Umgeben von Zombies lasse ich mir Zeit. Das ist genau richtig. So, warte mal. Dann kann ich doch eigentlich die hier klein machen. Ziehe die runter. So. So viel dazu. Dann mache ich das so. Und dann mache ich, äh, weiterhin Blödsinn. Nächste, was? Vorarbeiten. Nee, das geht ja nicht. Äh. Äh. Ich muss jetzt nicht alles mitnehmen. Vor allem, die keine Räder. Das ist mir war eigentlich so, als ob hier hinter noch... Da fehlt doch einer. Den. Ähm. Der wird gleich eine ganz hohe Stimme bekommen. Flachkörper macht Laune. Alter, den habe ich gut getroffen. Den habe ich aber den Arsch hoch gerissen. Hahaha. Äh. Entschuldigung. So, Schmackhof hat's. Und wie gesagt, das brauche ich für meine Bandagen. Äh, äh. Mein, der für unsere Schienen. Wie gesagt, die muss ich dann austauschen. Wenn das schneller jen tut, geht das schneller. Aber jetzt brauche ich das erstmal nicht. Erstmal muss ich bei uns das Beet aufbauen. Und wenn ich das habe, kann man Maze anpflanzen. Und dann, dann geht das rund. Hä? Ninja. Für den Arsch. Also, hier war der Zombie gewesen. Du riechst ein bisschen. Oder ist die Tonne? Das war die Tonne. Aber das muss er nicht wissen. So. Der Sportbereich. Hä? Fängt der mit dem Kopf am Schrank? Äh, an der Entfugdienst? Hä? Wie ist der? Er macht Sport. Und da habt ihr das vielleicht gesehen. Sport ist Mord. Das ist nicht jeder. Äh, alles. Jeder fehlt noch. Ach, hab ich doch alle. Hier hab ich doch alle. Entschuldigung. Ich muss mal kurz über sich rüber. Ich hab da eben noch eh einen Zombie gehört, der gepennt hat. Oh. Ich hab den Zombie gefunden. Die alte Schnaschnase. Das war ja so klar. Das hätte so schön sein können. Aber nee, da ist ja... So sieht man die Glaswand. Sieht man die hoch, wenn die Funze aus ist? Ha! Was für ein Zufall. Alter, wir spielen hier gerade voll den Matrix-Style. Ich schmeiß auf dich. Nimm das. So, warte mal. Ich muss mal kurz hier, äh, mich mal kurz richtig hier sammeln. Und, äh... Ach, komm. Hey, dann brauche ich das aber... Ist nicht viel, aber... Und der Tetris hat wieder begonnen. Trinken brauche ich ja so oder so. Was wurde? Ach da! Ui! Noch so ein Ding... Ach so, ich wollte gerade sagen, ich schieße den Rücken. Aber das habe ich jetzt schön gemacht. Gläser! Siehste? Bei mir sind keine Münzen. Bei mir sind Gläser. Eisen, naja, gut, ne? Aber sonst... Aber was haben wir da? Gläser und Eisen. Dann kann ich die einschmelzen und kann für unsere Lämschen... Äh... Die, äh... Fassung bauen. Nee, Fassung. Jetzt bringt mich aber um die Fassung. Ähm... Die Glaswand. Die Abschließung. Ey, zur Abschließung noch ein Bier. Das ist ja geil. Na, komm. Vielleicht mit mir das jetzt alles hinter. Ihr sagt, wie das mitnehmen ist ja egal. Ob in den Rucksack oder im Bauch. Hauptsache, das ist da. Außer Ditte. Bäh. Hätten sie mal was vernünftiges. Oh, Papiere. Ich hab meine Papiere bekommen. Ah ja. So, hier sind wir durch. Hey, ich hab's geschafft. Ich habe es geschafft. Wir sind hier durch. Benzin hab ich mitgenommen. Mö. So. Wie versprochen. Uschi kriegt jetzt hier ihr Trinken. Hier Fressi, Fressi. Dann machen wir uns auf ein Weg nach Hause. Mit ne leichte Verzögerung. Haha. Äh, warte mal. Ich hatte doch hier auch noch Benzin. Da bin ich mir zu 1% sicher. Hm. Ach nee, das hab ich ja letztes Mal schon getankt, ne? Ich glaube ja. So. Na gut. Und tanken. Und den Bad. Nee. Jetzt der Bad. Aber damit müssten wir eh ins Wimitag kommen. Da Händler? Da nach Hause. Na gut, Leute. Machen wir heute schon Feierabend. Also jetzt der Feierabend. Ich fahr schnell nach Hause. Wir sehen uns morgen, Willa. Dann bauen wir ein bisschen rum und geben die Quest ab. Oder beziehungsweise. Je nach Zeit, geben wir erst die Quest ab. Na, ihr wisst schon, wie ich das meine. Also. Bis dann. Ich bin raus. Tschüss. Tschüss.